So, wir spielen bei der Kampagne weiter, wo ich gepauset gehabt habe. Und so, Achso, ich wollte, hat dann eine Armee aufgebaut. Mit so eine kleine süße Armeechen, dass wir dann... Ja. Womit ich jetzt angreifen werde. Vorsicht. So. So musst du auch noch mit. Niemand erteilt mir Befehle. Vorsicht. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Okay, mehr kann ich nicht. Endlich. Dann gehen wir mal hier vor. Dann muss ich die da... ...nochmal... ...extra nehmen. Damit sie angreifen. Boah, ey, die tun mir verlebt auf den Baumkopf. Boah, da muss ich aber ebelst. Boah, ich leckte. Boah, ich sollte man zählen oder so. Ich lenk würde es aus. Aber ich glaube, ich soll es auswählen. Hast du was? New Yorker. Boah, ich leckte. Ich habe nachgedacht. Man, das gibt leider kein Heiland. Das klingt logisch. So ein Heiler wäre zu praktisch. Ja, unverzüglich. So übelst praktisch. Das klingt logisch. Im Namen des Lichtkönigs. Niemand erteilt mir Befehle. Ich habe nachgedacht. Die Kirin-Tor sperren diese Kreaturen ein, um sie zu studieren. Ließe man sie frei, würden sie unseren Feinden enorme Schmerzen zufügen. So. Dann greife ich auch gleichzeitig jetzt auch an. Mit allen anderen. Bevor... So. Oh, beteil. Können wir den auch heilen, oder? Das klingt gut. Eier. Ah, endlich. Ganz gefährlich. . Wo, und was heißt drauf? Magie? Für der Toten Zuhl. Das is das... Dann klau ich mir halt diese Goldmine. Und teile mich da schön. Schöne Idee, glaub ich. Was ist da? Eine schicksalhafte Wahl. Ach so. Ach so, na, 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 ist eigentlich noch nötig. Ich beuge mich eurem Bild. So, du gehst da schon mal hin? Meine Garten gehören euch. Sprecht, dumm Kopf. Boah, können sie. Unser Held wurde getötet. Unser Held wurde getötet. Oh, shit. Ich wünsche nur zu dienen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich beuge mich eurem Wille. Euer Wille geschehe. Mein Schicksal ist besiegelt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. möchte ich noch nie mit dem Um-Anhem-Fahrer zu tun. Ey, ich bin ein guter Stoff. Wie geht's dann? Also, ja. Ich bin ein sehr guter Stoff. Ich bin ein kleiner Stoff. Ich bin ein kleiner Stoff. Das ist doch ein kleiner Stoff. Ich bin ein kleiner Stoff. Das stimmt! Das lag ja ein bisschen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja. Ein bisschen leise würde ich mal so behaupten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Es ist mehr Gold erforderlich. 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 Ich habe nachgedacht. Es sind zu viele. So ist es. Ja. Unverzüglich. So ist es. Es sind etwas zu viel. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Für den Lichtkönig. Boah, das ist gar nicht. Schöpfe. Scheisse. Scheiße. Das haben wir nicht. Das ist gar nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht. Noch nicht. Wir wissen nicht. Ich wünsche nur, zu dienen. Ja, Meister. Mein Leben für Ner'Zul. Die Verdachten stehen bereit. Das ist dumm. Die Beschwerung ist abgeschlossen. Ähm. Ich bin aus der Dumpach. Das muss ich sehen. Hier ist... Verdachten stehen bereit. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Okay. Forschung abgeschlossen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Verdachten stehen bereit. Euer Wille geschehe. Ausbau abgeschlossen. Gleich sollten... Neue eklige Monster kommen. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Mein Schicksal ist besiedelt. So, das sollte ich erst erreichen. So. Jacks und Fettel. Forschung abgeschlossen. Ich glaub denn, wie viel hab ich von den Drachen eigentlich? Glaub ich. Glaub ich. Glaub ich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So mach ich diesen Fertig, glaub ich. So mach ich's. Tutentun. Nein. Das ist schon besser. Das ist schon besser. das ist sehr wichtig wo soll mein blut vergossen werden und dann greife ich glaube ich dann kurz auch an Gargoyle was ist da es ist mehr Gold der Lichten ich muss glaube ich in die andere Richtung wie dumm es ist gleich aber da ist glaube ich auch ein Lager und wenn es so sei dann muss ich das ist mehr Gold erforderlich was soll ich dir diesen Lager auch erst mal es ist mehr Gold erforderlich es ist mehr Gold erforderlich 16 Minuten und wir hängen hier so rum das ist doch nicht so toll euer befehl ist was meister dann tue ich diesen Gargoyle einfach nicht rufen mal unsere Streitkräfte werden angegriffen und guck jetzt einfach so okay da muss trotzdem noch was sein außer man kommt da so hin aber das wäre behindert weißt du was so meine schönen Frachen hier wird doch eh overpowered was um die Dings da geht Türme da stört einfach mal kurze Türme der erste Türme der erste Türme da du jetzt muss ich raus unsere Streitkräfte werden angegriffen Und warten. Dann beende ich diese Aufnahme. So, speichern. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn's hoffentlich dann nicht mehr so lecken wird.